In den gängigen Vierteln Nach der Renovierung werden die Preise kaum merklich steigen Was für eine Immobilienblase Die Mehrheit will das so Das, was da an meinen Schuhen klebt, ist möglicherweise zur Abwechslung mal kein Hundescheißen Der Typ schnappt sich doch jetzt nicht den Parkplatz, vor dem ich hier blinkend stehe, oder? Ich könnte zu Fuß gehen, aber warum sollte ich? Wir fahren überall Taxis und Besoffene Alle fünf Minuten kommt eine Bahn Das Gesicht dort kenne ich und der Name fällt mir bestimmt auch gleich noch an Kein Punk ist in der Lage, seinen Deckel zu bezahlen Wenn alles schief geht, machen wir eben einen Benefiz Die Szene finanziert sich überwiegend aus sich selbst heraus Wir strangen alle an einem Zerr Ich habe die Blips Wer die Blips hat, wird wer schwer Ich, sie oder er Die Krillen Die Krillen Bäumen auf den Hockern Das Licht wiegt tonnen Nur im Nebel Messer strahlen Licht wie scharf Töten 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 Aber nur, wer töten darf Ich überrage das, was du dir anmaust von Weitem Weite, Leere, müssen alle opfern, zertreten, entwerten, wenden, 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 wenden. Nicht der, nicht die, nicht ich, ich kann es sehen in der Ferne, in der Ferne, ich habe keine Vision. Und mattes Glas zwischen mir und einem Ziel, ein mögliches Ziel. Wer hat mir das Wort genommen, und wo gehört sie jetzt, die Utopie? Halt mich nicht auf, aber halte mich. Halte mich. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017